Vor ca. 20 Jahren dachte man, dass die Photovoltaik niemals mehr als 0,1 Prozent zur Stromversorgung beitragen kann. Jetzt wissen wir, dass wir 10, 20, 30 Prozent beitragen können. Und jetzt stellt sich die Frage, wie viel mehr geht da noch? Können wir 50, 80, 100 Prozent beitragen? Das sind die Fragestellungen, die wir uns in FAU Insights stellen und beantworten möchten. Bei FAU Insights haben wir mehrere Highlights. Wir beginnen mit einem Thema, das ich besonders spannend finde. Das ist die solare Weltenergiewirtschaft. Können wir uns von fossilen Trägern verabschieden und diese durch Sonnendicht ersetzen, das für jeden klar das ist. Wir fragen aber auch, wo die Grenzen der Solarenergie sind. In der Zwischenzeit glauben wir schon, dass wir kleine Geräte und unsere Mobile Phones betreiben können mit einer Solarpanel. Aber kann ich Auto fahren mit Solarenergie oder kann ich fliegen mit Solarenergie? Wir schauen uns neue Technologien an, die wir vielleicht in 15, 15 Jahren am Markt sehen werden. Solarzellen, die komplett aus dem Drucker kommen, so dass jeder zu Hause auch einmal in der Zukunft Solarzellen drucken kann. Und zum Schluss fragen wir, wie schnell man diese Errungenschaften, die die Forschung heute erzielt, eigentlich in die Technologie transferieren kann. FAU Insights wird am Energiecampus Nürnberg durchgeführt. Wir haben den Energiecampus ausgewählt, da wir am ENZ eine besondere Tradition haben, Ergebnisse aus der Forschung weiter zu vermitteln und so zu kommunizieren, dass alle davon profitieren. Genauso ist auch unsere Vortragsserie aufgebaut. Wir haben Experten aus der Industrie und aus der akademischen Forschung und gemeinsam mit einem Moderata, werden wir Themen so diskutieren, dass alle davon profitieren.